Das ist schon gut, Gwen. Mach es einfach im Fliegen. Hier? Aber da können mich doch alle sehen. Niemand sieht zu, Gwen. Ich flieg ein Stück vor. Was ist denn los? Wir haben ein Kacka-Problem. Oh. Ist alles okay dahinten? Dad, nicht kochen! Entschuldige, mein Fehler, mein Fehler! Mom, ich kann das hier nicht. Können wir landen? Nein, wir landen nicht, Gwen. Du bist alt genug, um es im Himmel zu machen. Aber der Druck ist einfach zu groß. Und es ist eklig. Es ist nicht eklig. Wir sind Vögel. Jeder Vogel macht es im Himmel. Und was, wenn da unten irgendjemand guckt? Da unten guckt niemand. Ich hab gesagt, wir werden nicht landen. Wir landen auf gar keinen Fall. Bist du sicher, dass niemand guckt? Gwen Mallard, los jetzt. Oder wir fliegen ohne dich. Okay, okay. Sie könnte ohne Probleme ihr Geschäft im Himmel verrichten. Und wir sind hier. Lass sie einfach. Hat irgendjemand mal weiches Moos? Nimm einfach ein Blatt!